...wo angreifen. Niemand weiß, was sich hinter diesen dicken Mauern verbirgt. Es heißt, die Festung wurde nach Bismarcks schrecklichem Krieg errichtet, um die Region vor zukünftigen Invasoren zu schützen. Und hier stehen wir nun, gehen uns gegenseitig an die Kehle und sterben lieber, anstatt auch nur einen Schritt zurückzuweichen. Die Trench Raider-Kit ist abhängigend bei Ihren Bewerbungen. Die Mitraillen sind die Erwälder! A sentry kit is available near your location. 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 Oh, 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 oh. Achtung! 20 Attackers remain. 20 Attackers! Smash us! Smash us! We can't stand! Take them down! We have lost Objective Butter. A Trench Raider Kit is available near your location. Yes, men. This is our victory. These Barbarians know now that our Eter- We are losing Objective Outlaws. We have lost Objective Outlaws. We are losing Objective Butter. Dys 000. 16 Attackers! 1-800-weeks, hit on them. Yesterday? We have lost the Sector. We have lost the Sector. This fort remains cloaked in the colors of France, but it is not yet time for celebrations. We must defeat the German Eagle one last time.